Bei Berlin handelt sich um eine Stadt, in der die drei großen monotistischen Religionen, das Christentum, der Islam und das Judentum, auf doch recht engem Raum zusammen praktiziert werden. Ich denke, das Projekt House of One trägt diesem Phänomen sehr gut Rechnung, weil hier eine Begegnungsstätte für die Anhänger dieser drei großen Religionen errichtet wird. Meiner Meinung nach ist das sehr wichtig, da einerseits Vorurteile abgebaut werden und andererseits, dass vermeintlich andere besser kennengelernt wird.